Atom-Titans in Sicht! Team, die nächste Welle ist unterwegs. Okay, begrüßen wir sie. Oder schießt sie ab. Hauptsache es wird was. Diese Mörser-Titans feuern aus sicherer Distanz auf den Erntner. Benutzt eure Minikarte, um sie zu finden. Das war großartige Arbeit mit diesem einen Pilot. Reaper nähern sich. Kommt ihnen nicht zu nah und schaltet sie aus. Stalker geortet. Bereit machen und ausschalten. Die Schilder des Erntners sind geschwächt. Die Schilder des Erntners fallen jeden Moment aus. Schirmdiener diese Mörser-Titans setzen unserem Erntner-Team-Lichtzug. Die Schilder sind in den Randgebieten. Jagd sie! Weit man steilen! Bereit machen. Wenn sie noch mehr abfliegen, fallen die Schilder... Beste Schilder des Erntners sind offline. Abfliegen sind kleine Geraden. Was ist das ein Einschränk? Está gut. Attackiere feindliche... ...die Schilder des Erntners reaktiviert. Atom-Titons nähern sich eurer Position, Team. Ausschalten. Dein Geschütz ist wieder online. Die Schäden des Ernters werden beschädigt. 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 Dein Geschütz ist wieder online. Die Schäden des Ernters werden beschädigt. Der Ernte des Erntners sind offline. Macht was! Er wird nachhaltig beschädigt. So erledigt mal dein Lied. Der Ernte ist runter auf 75%. Dein Geschütz ist wieder online. Dein Tizen ist bereit, wenn du es bist. Bereit machen für Feltenforst. Dein Geschütz des Erntners müssen sich aufladen. Haltet die Restflotte von uns fern. Dein Geschütz ist wieder online. Die Schilder des Erntners sind wieder online. Dieser Tizen wollte es so. Das hat er jetzt davon. Sehr schön. So übersteht man eine Welle. Ich hab noch ein paar Credits für dich. Kleiner Tipp. Setz sie klug ein. Atom-Titons in Sicht. Du hast doch schon immer auf 3,0-Win-Saison. Und das wird noch ein paar floaten. Von einem amour. Die Schilder des Erntners habe ich schön. Die Schilder des Erntners. Die Schilder des Erntners bist du weit. und du hast sie in den Erntners spüren. Und du hast sie auch in der persona. Jetzt soll ihn beshun, Nur noch eine letzte Welle, Piloten. Durchhalten jetzt. Uncool. Feindliche Reaper nähern sich. Kein Problem. Ihr schafft das schon. Schießt einfach zuerst. Du bist ein Optimist. Warst raus. Besuch von feindlichen Tides. Bereit machen. Dein Titan ist jetzt einsatzbereit. Bereit machen für Titan voll. Das kann ich besser. Bereit haben... Dort sind die Kageorten. Bereit machen und ausschalten. Feind Titan zerstört. Das war gute Arbeit. Team, Vorsicht Team. Elektro- und Atom-Titons werden sie. Schalten sie gemeinsam aus. Mit Teamwork kommt man immer an die Kage. Titan zerstört. Yeah! Feindlicher Titan zerstört. Großartige Arbeit. Feindlichen Titan. Die Shin-Ton-Titon hatte keine Chance. Diese εintlichen Titan, Splittermöbel aufgeladen. Die Titan zerstört! Ja! Feindlicher Titan. Die Kageorten der Titan. verbehindlichen Titan. Untertitel. Splittermöbel aufgeladen. Ich glaube, Sie sind verzweifelt. Wir schicken alles, was Sie haben. Macht euch bereit. Arno, attackieren wir unsere Titan. Er gehört, Team. Sie sind zerstört. Die Schilde des Erntags stehen unter Beschuss. Ihr müsst ihn abschirmen. Dein Geschütz ist offline. Wenn Sie noch mehr abliegen, fallen die Schilde des Erntags auf. Der Erntag ist nur noch bei 50 Prozent. Team, beschützt den Erntag, während die Schilde geladen werden. Die Schilde des Erntags fallen jeden Moment aus. Schirft ihn ab. Vorsicht, Team. Die Schilde sind aus. Beschützt den Erntag. Ihr packt das. Leute, wir haben gerade einen Piloten verloren. Seid vorsichtiger. Die Titan geht gleich online. Ich bin total aufgeklasset. Du auch hoffe ich. Wenn Sie noch mehr abliegen, fallen die Schilde des Erntags aus. Geben die Deckung. Die Schilde des Erntags. Der Erntag ist nur noch bei 25 Prozent. Wir haben einige verbündete Piloten, die wieder einsatzbereit sind. Okay, Team. Unser Erntag ist erledigt. Er wurde einfach zu stark beschädigt. Trotzdem gute Leistung. Der Versuch ging jetzt ordentlich in die Hose. Aber diesmal kriegt ihr sie dran. Okay, Team. Wir werfen den Erntag wieder an. Haltet euch bereit. Bereit machen für Titanfall. Joss, die haben Atom-Titans. Okay, Team. Haltet sie vom Erdabferen. Die werden versuchen, ihn zu sprengen. Das ist die letzte Welle, Piloten. Gleich ist es geschafft. Reaper nähern sich. Kommt ihnen nicht zu nah und schaltet sie aus. Ich orte Titanfall-Signatur. Wir wussten, dass das passieren kann. Also macht euch bereit und erledigt sie. Stalker geortet. Bereit machen und ausschalten. Dein Geschütz scheint ausgefallen zu sein. Reparier's. Dein Geschütz ist wieder prima. Da unten zerteilt sich die Reaper. Erledigt die Bieste. Ja. Vorsicht, Team. Elektro- und Atom-Titans nähern sich. Schaltet sie gemeinsam aus. Mein Team, woher kommt man immer assoziiert. Schilder des Antars sind geschlecht. Konzertiert euch. Schaltet alles aus, was sie beschädigt. Das soll so bleiben. Gute Idee, Dross? Tolles Ideechen. Attackiere feindlichen Titan. Ich glaube, wir haben einen Nerv getroffen. Sie schicken alles, was sie haben. Macht euch auf Arbeit gefasst. Feindlichen Titan zerstört. Schilder des Antars sind wieder bei 100%. Schilder des Antars reaktiviert. Attackiere mehrere Titan. Zitter der Überlastung nicht ausgeschlossen. Dann hört zu, Leute. Die Schilder des Antars werden beschädigt. Das muss aufhören. Die Schilder des Antars sind wieder bei 100%. Dein Geschütz ist wieder online. Die Schilder des Antars sind wieder bei 100%. Die Schilder des Antars sind wieder bei 100%. Die Schilder des Antars sind wieder bei 100%. St. Kribben.